Der TaiwanCast. Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch. Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Hier ist der Mariano und auf der anderen Seite des Globus. Und hier ist der Klaus in Taipei. Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer zur vierten regulären Folge des TaiwanCast. Der Klaus wohnt in Taipei, in Taiwan, ist Journalist und bereits seit zehn Jahren vor Ort tätig. Und der Mariano lebt in Berlin. Er ist der Gründer und Betreiber der Website SerienJunkies.de. Aber er ist ein großer Taiwan-Freund, der auch schon ganz oft hier war. Darüber wollen wir heute reden und zwar besonders über Marianos Vorliebe für die Stadt Taichung. Und wir haben noch ein paar andere Themen vorbereitet. Klaus, erzähl uns doch mal was darüber. Und zwar hatten wir in der letzten Folge schon erwähnt, es gab einen wichtigen Termin in Berlin. Taiwans offizieller Vertreter war eingeladen vom Menschenrechtsausschuss im Bundestag. Das ist mittlerweile passiert und ich habe mit Taiwans, in Anführungszeichen, Botschafter, der sich nicht Botschafter nennen darf, Professor Shia Jiuwei, darüber gesprochen, worum es bei diesem Termin ging und auch wie im Anschluss daran China reagiert hat. Darüber werden wir später dann noch reden. Und dann befassen wir uns noch mit dem Freundeskreis Bayern-Taiwan im Bayerischen Landtag. Dazu hat Radio Taiwan International ein Interview mit dem Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher geführt. Und außerdem möchten wir euch Radio Taiwan International ans Herz legen. Dort wird nämlich täglich eine 30-minütige Sendung über Taiwan produziert. Da geht es um News und Themen abseits des Alltags. Ja, das ist also ein Output, bei dem wir nicht mithalten können. Wir sind froh, wenn wir auf lange Sicht alle zwei Wochen eine halbe Stunde oder 40 Minuten zusammenbekommen. Aber die Kollegen dort wirklich jeden Tag 30-Minuten-Programm kann man auch als Podcast abonnieren. Und auch diese Links stehen dann natürlich hier in den Shownotes. Und jetzt feiern wir eine Premiere. Wir haben unseren ersten Audiokommentar. Und dieser erste Audiokommentar hat uns erreicht von unserem Hörer Manuel. Ja, hallo ihr beiden. Herzlich willkommen zum Podcast. Haben wir alle Folgen angehört. Ist natürlich sehr politisch lastig. Deswegen würde ich mal gerne ein anderes Thema einbringen. Das wäre die Energiewende. Und ja, zu der Energiewende habe ich letztens bei Trendquest ein Interview gesehen. Das fand ich sehr interessant, weil die Energiewende in Taiwan ist ja zum größten Teil nachgeahmt von Deutschland. Vom EEG-Gesetz. Und wird jetzt in aller Stelle umgewandelt. Innerhalb von fünf Jahren sollen von ein paar Prozent, 20 Prozent erneuerer Benderenergien im Haushalt erreicht werden. Und das ist doch schon ein großes Megaprojekt, wo auch deutsche Firmen mit dran beteiligt sind. Beziehungsweise auch deutsche Institute und Lehranstalten und so weiter. Von daher würde ich mich freuen, wenn in einer Podcast-Sendung mal darüber gesprochen wird. Und ja, der Matthias bei, könnt ihr mal gucken bei YouTube. Trendquest, da hat er mal ein Interview zu gemacht. Und war sehr informativ, sagen wir mal so. Okay, dann alles Gute für den Podcast. Und ja, halt die Ohren steif. Der Manuel, man hört es, kommt so ähnlich wie ich aus dem Nordwesten der Republik. Ich kenne ihn schon lange. Er war einer der allerersten Deutschen, die ich hier damals in Taiwan kennengelernt habe. Und ja, Mariano, er schlägt vor, dass wir uns mal mit der Energiewende beschäftigen. Was denkst du? Das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir hatten ja auch schon die Verkehrswende ein klein wenig mit dem Sascha angesprochen. Jetzt kommen wir zur Energiewende. Ich würde mich freuen, wenn wir da jemanden zu einladen können, der Ahnung vom Fach hat. Und wenn nicht, dann kümmern wir uns halt selber drum. Ich denke auch. Das steht auf jeden Fall auf unserer Themenplanungsliste ganz weit oben. Wir haben auch schon einen Kandidaten im Visier, der da voll in der Windenergiebranche drinsteckt. Und wir wollen auch über Solarenergie reden, denke ich. Denn da passiert wirklich in diesen beiden Bereichen ziemlich viel, gerade hier in Taiwan. Der Manuel selbst, der ist auch nicht ganz unbekannt mit dem Thema. Denn das Interview, auf das er da hingewiesen hat, das ist mit ihm selber geführt worden. Und das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Sehr gut. Also ich freue mich auf die Energiefolge, gerade wo doch in Taiwan eine der größten Dreckschleuner in der Welt steht. Nämlich in der Nähe von Taichung. Von Taichung. Wir machen immer wieder Spannung auf unser Taichung-Gespräch. Es wird kommen. Aber verrate doch zuerst nochmal, wie denn auch andere Hörerinnen und Hörer so schöne Audiokommentare hinterlassen können, die wir dann abspielen. Das ist ganz einfach. Man wählt sich, also wenn man in Deutschland, das wählt man sich ein unter 03212 1147357. Und das ist wie ein Anrufbeantworter, da kann man seinen Kommentar hinterlassen. Und dann solltet ihr vielleicht auch sagen, ob der Kommentar abgespielt werden darf oder nicht. Und dann hören wir uns den Kommentar auf jeden Fall an. Und wir werden auch darauf eingehen. Und es muss sich nicht immer nur um Vorschläge für unseren Podcast handeln. Ihr könnt auch einfach euch mal frei von der Leber weg alles von der Seele reden, was ihr schon immer über Taiwan sagen wolltet. Oder irgendetwas in den Raum werfen, wo ihr wissen wollt, ob andere Leute das auch so sehen oder vielleicht anders erlebt haben. Also da kann auch gerne so ein Dialog unter Zuhörern bei entstehen. Wir sind da für alles offen. Definitiv. Und es gab auch noch mehr Feedback. Es gab auch noch mehr Feedback. Und zwar haben wir zwei Kommentare erhalten. Der erste Kommentar war vom Raimund Hilbert. Und er, ich will den jetzt nicht ganz vorlesen, aber es ist ein sehr positiver Kommentar, worüber wir uns natürlich gefreut haben. Er sagt, der Podcast bereitet ihm viel Freude und ihm gefällt besonders der Aktualitätsbezug, den wir offenbar jetzt in einigen Folgen hatten. Dass wir aktuelle Ereignisse in einen, wie er schreibt, durchdachten Zusammenhang stellen. Und er ist dabei schaffen, Zitat, akkurate Informationen von wie auch immer färbender Meinung erkennbar zu trennen. Ja, da freuen wir uns nochmal drüber, oder? Haben wir das so geplant? Das haben wir so überhaupt nicht geplant. Aber ich finde es gut, wenn er das so sieht. Ja, wir wussten ja selber nicht so richtig, was das überhaupt für ein Podcast wird, als wir angefangen haben. Wir sind immer noch dabei, einfach zu machen. Aber ja, vielleicht stellt sich ja so eine Richtung heraus. Also wenn ihr jetzt auch denkt, genau dieser Aktualitätsbezug, diese Diskussion über Sachen, die gerade so noch in den Nachrichten waren und da ein bisschen vertiefen, das finden wir besonders spannend. Dann sagt uns das, wenn ihr anderer Meinung seid, sagt uns das auch. Und ein anderer Kommentar von unserem Hörer Lewandt, der war auf Facebook in der Gruppe Deutsche in Taiwan. Und der Lewandt hat vor allen Dingen, also er hat sich bedankt, dass wir einen Podcast machen, finde ich toll. Und er macht einige nicht ganz uneigennützige Themenvorschläge, was ich ganz gut finde. Mein Thema sowieso, also eigentlich nur meins Thema für mich, Taiwan, Kulinarik. Taiwan ist ja ein Paradies für Foodies, deswegen. Und wie werden Ausländer in Taiwan an- und wahrgenommen? Da werden wir auf jeden Fall was zu machen. Und was denken Taiwaner über Deutschland? Das, glaube ich, wird ganz spannend werden, weil ich glaube, dass da immer noch etwas vorherrscht, so aus den 70ern, was man in Deutschland anders wahrnimmt. Mal schauen, wird spannend. Sag mal ein Stichwort, in welche Richtung du da denkst? Naja, zum Beispiel, man sagt ja immer, alles pünktlich, alles akkurat, alles super. Und dann werfe ich den Flughafen Berlin ein und zum Beispiel oder diverse Bahnhöfe in Süddeutschland. Und ich glaube, das war mal, aber ja, für mich ist dann so zu sehen, was denken Deutsche darüber, was Taiwaner über Deutschland denken. Okay, es wird eine sehr komplexe Diskussion werden. Eine Meta-Folge. Eine Meta-Folge. Aber wir haben auf jeden Fall auch dieses Thema ganz weit oben auf unserer Planungstiste. Das können wir schon mal verraten. Und der Lewand schreibt auch, dass er selber hofft, nächstes Jahr nach Taiwan zum Masterstudium zu kommen. Also da drücken wir die Daumen, dass sich alles wieder normalisiert hat und dass das klappt bis dahin. Genau, definitiv. Dann hatten wir ja auch anklingen lassen, ob unsere Hörerinnen und Hörer Interesse haben, dass wir nochmal vielleicht eine extra Folge über Corona in Taiwan machen. Da war das Feedback, aber das, was angekommen ist, zumindest eher so, dass es hieß, muss nicht sein. Es ist schon alles gesagt worden, muss nicht auch von euch nochmal gesagt werden. Also wir sehen das genauso. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann gebt uns gerne Feedback. Das geht über Facebook, über das Blog oder auch über einen Audiokommentar. Ich würde gerne unter die Folge noch zwei YouTube-Videos packen in die Shownotes. Und einmal ein semi-offizielles Video über Taiwan macht was anderes. Und das zweite ist ein mit mir befreundeter YouTuber hat ein Video gemacht, der Unterschied bei Corona zwischen Taiwan und Kanada. Vielleicht können wir die unten drunter packen. Dann würde mich jetzt mal interessieren, Mariano, wie ich hier nach Taiwan gekommen bin und was ich hier so erlebt habe, das kann man ja, wenn es jemand wirklich interessieren sollte, mit ein bisschen googeln und in meinem Blog stöbern, nachlesen. Was mich jetzt aber auch und vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer interessiert, wie ist das bei dir? Wir haben in dem Gespräch mit Sascha Pallenberg in unserer Folge Nummer 1 schon erfahren, dass du das allererste Mal nach Taiwan gekommen bist. Einfach nur, weil Sascha dieses Angebot hatte, jeder, der mich kennt und der mal nach Taiwan kommt, den lade ich auf ein Bier ein. War das so? Genauso war es. Ich muss dazu noch sagen, du glaubst doch nicht, dass du so einfach hinwegkommst, dass du sagst, googelt mich mal, dann wisst ihr, wie ich nach Taiwan gekommen bin. Da werden wir eine Folge draus machen. Da kannst du dir sicher sein, da werde ich nicht locker lassen. Vielleicht gibt es da mal ein rundes Jubiläum, wo wir das dann anlässlich dieser Geschichte machen können. Genau, so kann man das machen. Aber zurück zu dir. Genau, also wie gesagt, dann hatte ich mich da mit Sascha getroffen, wir waren da in dem Park und haben uns da unterhalten und das war im Prinzip sehr schön. Und dann habe ich mich mehr mit Taiwan beschäftigt und habe mir Videos auf YouTube angeschaut, was man denn so in Taiwan machen kann. Vor allen Dingen für mich als Foodie oder als Foodjunkie, wo kann man denn besonders gut essen, die Nachtmärkte und lauter so Zeug. Und da bin ich auf diverse YouTuber gestoßen. Auch den Alan, der ist in Taichung und der ist durch Zufall bei YouTube gelandet. Er wollte einfach ein Videotagebuch machen für seinen Sohn, der bei seiner Ex-Frau in Südafrika lebt und hat da quasi wöchentlich ein Video gemacht. Jetzt geht er was essen, jetzt guckt er sich hier und da ist. Das war sehr amateurhaft. Mittlerweile ist er YouTube-Profi mit über 200.000 Abonnenten. 200.000? Jaja, und ich hatte ihn damals noch kennengelernt in Taichung, da hatte er um die 70.000 und da ging es halt darum, was macht er denn zum 100.000 zum Subscriber und da war halt geplant, auf den höchsten Berg von Taiwan zu gehen. Das hat jetzt irgendwie noch nicht geklappt, weil er noch ganz normal gearbeitet hat und er ist jetzt seit einiger Zeit erst YouTuber, professioneller YouTuber. Und da war auch wieder dasselbe, wenn du in Taichung bist, dann lass uns doch auf ein Bierchen treffen. Und bei England, dann ist das ja eher so, wie wenn man bei uns auf Pommes geht. Dann haben wir uns halt auf ein Bierchen getroffen und ich war halt zum ersten Mal in Taichung. Ich habe mich natürlich darauf gefreut, dass ich mit der THSR, also mit dem Schnellzug fahren kann. Das ist sowas wie der Shinkansen, bloß halt in Taiwan. Das war noch immer dein allererster Besuch. Wann war das? Nein, nein, das war dann der dritte Besuch schon. Nein, der vierte Besuch sogar. Nee, der vierte war das sogar. Zwischendurch war ich halt nochmal in Taipei und dann wollte ich mich nochmal mit Sascha treffen. Das hat nicht geklappt, aber dann habe ich mich mit Brian getroffen. Der ist auf Instagram American in Taiwan. Der geht jetzt aber aus Taiwan weg. Er will jetzt zurück in die USA mit seiner Frau. Da hatte ich mich mit ihm getroffen und wir haben uns ganz gut unterhalten und ich habe mir mal auch Taipei ein bisschen angeschaut. Also die Sachen, die man halt macht, wie zum Beispiel das Chiang Kai-shek Memorial und diverse Parks, weil Taipei hat ja wirklich wunderschöne Parks. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Du warst das erste Mal hier und dann musst dir so gut gefallen haben, dass du gesagt hast, ich fahre ein zweites und drittes und viertes Mal. Hattest du einfach so viele Bonusmeilen über oder was hat dich dazu gebracht, immer wieder hierher zu kommen? Das Land, die Leute, das Essen. Ich weiß auch nicht, ob es in der Reihenfolge ist, aber das ist wirklich so. Also die Menschen sind ja herzensgute Menschen. Da gibt es auch, gerade auch bei YouTube, so die Videos darüber, die Leute verlieren ihr Portemonnaie und da werden sie dann angerufen. Ich habe ihr Portemonnaie gefunden, ist noch alles drin, hier können sie es abholen. Ja, das sind auch wirklich keine urbanen Legenden, das passiert in der Tat. Das ist wirklich wahr. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist in Taichung genauso wie es in Taipei ist, mehr vom Land kenne ich leider noch nicht. Der öffentliche Personennahverkehr ist ja hervorragend organisiert. Also wenn man irgendwo hin will, setzt man sich in die U-Bahn, setzt man sich in den Bus, das klappt hervorragend. Das ist nicht wie bei uns, etwas chaotisch alles. Ja, es gibt sehr viele Mopeds, da muss man auch mal ein bisschen von weg kommen, aber der öffentliche Personennahverkehr ist super. Und für mich, jemand, der gerne mit dem ÖPNV fährt und der noch lieber läuft, ist für mich Taipei und vor allen Dingen auch Taichung das Paradies. Ja, man muss links und rechts mal gucken, dass man nicht über den Haufen gefahren wird, aber das hat man in Südeuropa genauso. Aber für mich als Fußgänger ist das wirklich super, gerade weil es die vielen Parks gibt. Eine meiner Empfehlungen ist auch, wenn mich Leute fragen, was kann ich denn hier in Taipei zum Beispiel jetzt machen oder in einer anderen Stadt in Taiwan? Ich sage dann immer, erlauf dir die Stadt einfach zu Fuß, erwandere sie dir einfach zu Fuß. Geh die kleinen Gassen lang, such dir irgendein Stadtviertel grob aus und dann lass dich einfach treiben. Halt die Augen auf und warte darauf, was du sehen wirst und was du erleben wirst. Das ist meiner Erfahrung nach der absolut beste Weg, Taiwan und auch das echte Leben in Taiwan, wenn es das denn gibt, kennenzulernen. Also nicht dem Reiseführer folgen, nicht irgendwelchen TripAdvisor oder ähnlichen Geschichten, sondern einfach dem eigenen Interesse und den eigenen Wahrnehmungen. Also ich würde sagen, also so mache ich es jedenfalls. Ich suche mir eine Uber-Linie aus, fahre dort bis zum Ende, steige aus und gucke, was es da gibt. Da habe ich schon die tollsten Sachen entdeckt. In Taipei bin ich, ich glaube, mit der grünen Linie bis zum Ende gefahren oder die rote. Und da ist ein vergessener Jahrmarkt. Also der ist in den 70ern irgendwie pleite gegangen und der rottet da vor sich hin. Und da kann man ganz hervorragend wandern. Man muss es erst mal finden, man muss da über so eine große Brücke gehen und dann so steil so eine Straße links rechts. Und dann landet man quasi nicht im Wald, aber eher so auf so einem Feld und dann ist man dort in diesem Park. Und das ist toll, man fühlt sich da wie Jahrzehnte zurückversetzt, was es ja auch ist. Und ist der ehemalige Park auf so einem Hügel, oben auf dem Hügel drauf? Ja, der ist auf einem Hügel, genau. Aber es ist nicht mehr so wahnsinnig viel über, oder? Man sieht noch, wo mal was war. Es ist nicht mehr so viel da, aber man kann da hervorragend wandern, finde ich. Ja, das ist, wenn man die grüne Linie im Süden bis Schindieren fährt bis zum Ende. Genau, genau. Dann Bietern über die Hängebrücke geht und dann links den Hügel hoch. Genau, den Hügel links hoch, die kleine Gasse. Einfach sich mal trauen. Da ist noch ein Kloster oder ein Tempel, an dem muss man quasi vorbei. Und dann muss man nur auf den Berg hoch und dann ist man schon da. Und bei diesen Streifzügen durch Taiwans Städte entdeckt man auch manchmal Orte, wo man gar nicht glauben kann, dass die einfach so hier existieren, einfach so da sind und auf einen warten. Ob das jetzt irgendwelche besonders schönen Tempel sind oder historische Häuser oder ganz schräge Geschäfte, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, dass es die gibt. Und man macht auf diesem Weg die schönsten Entdeckungen. Definitiv. Und ich habe meine beste Beef-Noodle-Soup, habe ich dort hinten dann gegessen. Am Bahnhof gibt es so eine kleine Gasse und da war so ein ganz kleiner Oma-Laden drin. Sie kein Englisch, ich kein Chinesisch. Ich habe ihr einfach gesagt, die Suppe will ich da essen. Dann habe ich die bekommen und die war sehr lecker. Wir müssen sowieso mal eine extra Essensfolge, glaube ich, machen. Oh ja. Aber du bist die meiste Zeit auf eigene Faust und ohne Chinesischkenntnis und ohne Lokalkundige Begleitung. Bist einfach los. Genau. Also heutzutage kann man ja Get Your Guide und wie die alle heißen, kann man ja nehmen. Ja, das kann man machen. Und vielleicht sollte man das auch bei seiner ersten Reise machen. Aber danach einfach vor allen Dingen keine Angst haben. Einfach sich reinsetzen, bis zum Ende fahren, aussteigen, gucken, wenn es einem nicht gefällt, fährt man drei Stationen zurück und guckt, was da ist. Man entdeckt so viele Sachen. Das ist eine Abenteuer in der Stadt. Und wie gesagt, für mich als Fußgänger ist sowieso Taipei und vor allen Dingen Taichung sind wirklich hervorragende Städte. Also ich glaube nicht, dass man Taichung jetzt alleine mit zu Fuß erkunden könnte. Aber das, was ich da schon erlaufen habe, das sind dann immer so 30.000 bis 40.000 Schritte am Tag. Da freut sich dann auf jeden Fall mein Schrittzähler in meinem Handy immer, dass ich wieder neue Rekorde schafft habe. Es macht auch Spaß. Hast du denn bei deinen Streifzügen zu Fuß jemals das Gefühl gehabt, dich nicht mehr so ganz sicher zu fühlen? Bist du mal in irgendwelche schlechten Stadtviertel gekommen? Gar nicht. Nie. Ich gehe fest davon aus, dass es auch in Taipei ein schlechtes Stadtviertel geben wird. Mir ist es noch nicht untergekommen, aber ich fühlte mich noch nie irgendwie unsicher. Ich bin auch, wenn ich mit Sascha unterwegs bin, geht das meistens sehr, sehr lange bis sehr, sehr früh. Und selbst wenn ich früh um halb drei dann zurück zu meinem Hotel laufe, habe ich nie das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. Und wenn mich jemand verfolgt, sagt er mir, willst du noch ein Bier trinken gehen? Also das ist mir schon passiert. Aber mir ist es noch nie passiert, dass irgendwie auch vor allen Dingen Frauen können nachts durch Taipei oder durch Taipei laufen ohne Probleme. Und nochmal Stichwort schlechtes Stadtviertel. Zum einen, man darf sich ja nicht von dem Äußeren der Häuser täuschen lassen. Also wenn man durch irgendwelche Straßenzüge läuft, die ziemlich abgewrackt aussehen oder wo man sich denkt, hat hier schon mal jemand eine Farbrolle in die Hand genommen? Oder warum sind die Fenstergitter alle so verrostet? Oder warum ist der Beton so grau angelaufen? Davon darf man sich absolut nicht ablenken lassen. Das heißt überhaupt nicht, ob die Menschen, die da leben, arm oder reich sind, ob das ein gutes oder ein schlechtes Viertel ist. Und wenn du die Leute in Taipei fragen würdest, ob es irgendwelche, in Anführungszeichen, schlechten Viertel gibt, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, entweder Wanhua, also das Rund um den Longshan-Tempel, oder die Linsen North Road, wo so ein bisschen das Rotlichtviertel ist mit so japanischen Girly Bars und so weiter. Aber gerade diese beiden Viertel lohnen solche Streifzüge, also besonders, weil es dort natürlich besonders viele interessante Entdeckungen zu machen gibt. Und gerade in Wanhua auch viele historische Gebäude, das ist da unten halt fast noch gar nicht gentrifiziert. Und man fühlt sich manchmal, als ob man durch so eine 80er Jahre Blade Runner Version von Taipei noch läuft. Aber selbst da, also man muss überhaupt sich keine Sorgen machen, da in irgendwelche gefährlichen Situationen zu kommen. Das war übrigens eine Sache, wo ich zurückkam aus meinem allerersten Besuch aus Taiwan. Da bin ich ja damals noch mit dem Taxi gefahren, mache ich heutzutage. Heute fahre ich mit der U-Bahn, wie jeder vom Flughafen aus. Bin ich aber noch mit dem Taxi gefahren, weil ich nicht wollte, dass ich mich da irgendwie verfahre mit der U-Bahn. Und da ist mir halt aufgefallen, dass wirklich viele Häuser bräuchten wirklich mal einen Farbanstrich. Und dann hatte ich ein Video gesehen bei YouTube, passenderweise über Guam. Da hatten sie über die Renovierung vom Hilton Hotel gesprochen, was ein Jahr später genau so wieder aussah, wie es vorher aussah, obwohl Farbe neu dran war. Es sind halt die Tropen. Und wenn es regnet, regnet es. Das ist einfach so. Ja, aber als ich in Singapur war, das eine Mal, da war ich also schwer beeindruckt, wie proper und Disneyland-artig in Singapur auch die Wohnblöcke und die Wohnhochhäuser, die auch so 70er, 80er Jahre Bausubstanz sind, wie die aussehen. Man könnte was machen. Die haben auch heiße Witterungen da unten. Es ist schon möglich. Vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir ein anderes Mal in die Tiefe gehen können. So, aber jetzt warst du dann bei deinem vierten Besuch, hattest dich dann von Taipei nach Taichung verschlagen. Und jetzt sagst du, Taichung ist jetzt dein Lieblingsort, den du am besten kennst und am liebsten magst in Taiwan, oder? Auf jeden Fall. Also wenn ich nach Taiwan ziehen würde und ich könnte es mir aussuchen, wo ich arbeiten würde, würde es auf jeden Fall Taichung werden. Ich liebe diese Stadt einfach. Erzähl nochmal, warum. Die meisten, also in Taipei ballt es sich halt natürlich aus verschiedenen Gründen, Hauptstadt, die meisten Unternehmen und so weiter. Viele Reisende sagen dann natürlich die Ostküste, Kending im Süden, Mittel-Taiwan fällt dann immer so ein bisschen hinten runter. Was macht denn den Reiz der Gegend und der Stadt Taichung für dich aus? Ich kann es eigentlich gar nicht mal so richtig sagen, was das ist. Also Taichung hatte ja früher mal eine interessante Jazz-Szene vor allen Dingen, also musikalisch. Ich muss sagen, gerade für kulturell Interessierte ist es für mich ganz klar, über Taipei anzusiedeln. Also wir haben ja im National Museum of Natural Science, das ist ja dort im North District von Van Taichung. Und da sind es vor allem die Botanical Garden. Also da muss man einfach mal drin gewesen sein. Es ist fantastisch, dort rumzuwandern. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag da verbracht. Und dann läuft man so eine Art grünen Boulevard lang. Das ist direkt vom Museum oben. Und das geht dann quasi runter bis zum Taichung Civic Square. Auch nochmal ein großer Park, würde ich nicht sagen. Es ist eher so eine große Grünfläche, die übrigens nur bevölkert ist von jungen Menschen. Und die sitzen alle entweder unter Bäumen oder im Schatten eines riesengroßes Hochhauses. Ich hatte vorhin mal gegoogelt, wie dieses Hochhaus heißt, aber ich habe da leider nur chinesische Schriftzeichen gefunden. Das ist halt auf diesem Civic Square gleich nebenan ein großes Hochhaus. Und da ich Architektur-Fan bin, ist gerade für mich Taichung, sie haben immer noch dieses kleine Extra dazu. Es ist immer noch dieses kleine, wo man sich sagt, ich müsste mal zu einem bestimmten Hotel gehen. Wo sich jeder fragt, wohnst du in dem Hotel? Nein, nein, ich will es mir von außen angucken. Das ist dann ein Hotel, was die letzte Etage zum Beispiel, die Zimmer sind alle auf die Seite gekippt. Und so sieht das jedenfalls von außen aus. Also für mich, der Architektur liebt, ist Taichung quasi die Stadt. Ja, Taichung hat auch den Nachteil, dass das größte Kohlekraftwerk da um die Ecke ist und dass die Luftverschmutzung relativ hoch ist. Konnte ich mich aber nicht beklagen. Ich habe es in Berlin ja nicht wesentlich anders. Und Taichung hatte bisher auch keine U-Bahn, was dir wahrscheinlich egal war, weil du ja sowieso am liebsten alles zu Fuß abläufst. Aber demnächst wird sich auch das ändern und Taichung wird also auch eine eigene U-Bahn-Linie bekommen. Also meine Freunde freuen sich darauf, dass sie nicht mehr mit dem Bus im Stau stehen, sondern dass sie dann mit der U-Bahn durchfahren können, wenn sie mal unterwegs sind. Und ja, viele fahren auch mit dem eigenen Moped, aber es gibt auch Leute, die gerne auch mal die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, weil sie dann zum Beispiel abends mal weggehen können und dann auch was trinken können. Und dann muss es nicht immer Taxi oder Uber sein, sondern man kann dann auch mit der Bahn fahren. So sie den fährt, die macht ja ein bisschen Frühfeierabend. Also jedenfalls in Taipei macht sie schon um halb zwölf Feierabend. Als Berliner ist man das nicht gewohnt. Und da ist man dann eher so, sie fährt am Wochenende eh durch und in der Woche bis um halb zwei und dann um vier die nächste. Da hat man eher so 90 Minuten zwischen, wo mal aufgeräumt wird. Das ist ja in Taipei ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie sie in Taichung, aber ich denke, das wird da genauso sein. Und dann kann man vor allen Dingen, wenn man diesen grünen Boulevard vom Museum runter bis zum Civic Square läuft, da hat man ja alles. Da kann man Schrimpfischen gehen. Das ist ja auch noch so eine Besonderheit, dass man sich an einen künstlichen Pool setzt, wo Schrimps reingeworfen werden. Die kann man dann angeln und dann kann man sie essen. Also sowas habe ich zum Beispiel, sowas kenne ich nicht aus Deutschland, sowas kenne ich nicht, aber... Fish your own food sozusagen. Genau. Und dann hast du dort Tempels, du hast Cafés, du hast Skulpturen dort. Es ist gerade, wenn man mit seinem Handy unterwegs ist, was heutzutage ja eine Kamera ist oder auch mit einer Kamera unterwegs ist, kann man so viel ablichten. Ich habe, glaube ich, 800 Fotos an einem Tag geschossen und musste wenig davon wegwerfen, wo ich sage, dass sie doppelt sind. Also es gibt so viel dort zu entdecken. Früh los bis abends. Also für mich ist Taichung da wirklich einfach fantastisch. Und dann habe ich auch noch entdeckt, mein Hotel ist meistens am Taiwan Boulevard. Und wenn man den runterläuft, da läuft man dann so einen kleinen Fluss lang. Und das ist schon ganz toll, weil es da auch mal wieder, das ist ja für mich immer ein kleines Problem in Taipei, dass man wenig, also auf den Nebenstraßen eigentlich gar keine Fußgängerwege hat. Dass man aufpassen muss, dass man da nicht umgesimmelt wird von irgendeinem Moped oder irgendeinem Auto oder einem Bus. Da hat man dann direkt am Fluss dann auch wirklich, da kann man einen Fußgängerweg, da kann man dann zu Fuß lang laufen am Fluss. Und auf beiden Seiten ist das im Prinzip, da gibt es dann so ganz kleine Gassen und die sind begrünt und das sieht alles wunderschön aus. Da gibt es da kleine Cafés. Da habe ich auch für mich ein Café entdeckt, das Kito-Kito, ich spreche da garantiert falsch aus, Kito-Kito-Kaffee, was eigentlich ja auch eine Boutique ist, aber die haben auch ein Café dabei. Und ja, es ist gleichzeitig eine Verkaufsfläche für die Entlagerung von nutzlösem Krempel, also man sagt dazu Dekoration. Aber ich finde es halt recht urig und das ist für mich dann immer, ich bin die Strecke schon jetzt dreimal, glaube ich, gelaufen, für mich dann immer so ein kleiner Zwischenstopp, mal eine halbe Stunde Pause machen, mal versuchen, den Schweiß ein bisschen loszuwerden, weil es ist doch in Taichung sehr warm. Und dann halt mich weiter aufzumachen, weiter zu gehen Richtung Süden oder auch mal in die kleinen Gassen rein und nochmal gucken, ob man noch was entdeckt, was man noch nicht kennt. Und das ist doch wirklich jedes Mal, dass man was Neues entdeckt. Das macht einfach Spaß. Und Taichung ist ja eigentlich nicht nur diese eigentliche Großstadt Taichung, sondern auch das ganze Umland gehört ja offiziell auch mit zur Stadt Taichung und das geht ja rein bis ins Gebirge. Hast du dann auch schon Touren da in die nähere Umgebung, in die Natur gemacht? Also hätten wir diesen Podcast ohne Corona gemacht, würde ich jetzt sagen ja, weil es war eigentlich geplant, dass ich mich im März für drei Monate nach Taichung verabschiede, mich dort in ein Coworking Space setze, wenn ich arbeiten muss und arbeite. Und ansonsten würde ich halt mit Ellen so ein bisschen die Umgebung erkundigen und dann auch mal in den Süden von Taiwan fahren und dann mal die Ostküste fahren. Aber das hat sich ja irgendwie erledigt. Ich werde das aber beim nächsten Mal auf jeden Fall nachholen. Ich möchte auf jeden Fall auch mein Foto haben von diesem Taichung, von diesem Schriftzug, der quasi über der Stadt schwebt oder der über der Stadt ist, weil er auf dem Berg ist. Da möchte ich auf jeden Fall mein Foto haben. Das muss man einfach, glaube ich, gemacht haben. Und da möchte ich gerne hinlaufen. Ellen sieht die Sache anders, aber mal sehen. Wie wäre es denn, wenn du einige deiner 800 Lieblingsfotos und auch Tipps zu deinen Lieblingsorten auf unserem Twitter-Kanal at Taiwancast teilst, vielleicht mit Hashtag Mariano in Taichung oder ähnlichem, dann haben unsere Hörerinnen und Hörer auch gleich einen guten Grund, da ab und zu mal reinzuschauen. Das kann ich auf jeden Fall machen. Ich schreibe es mal gerade mal auf. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich hoffe, ich werde nicht zu viele Skulpturen machen. Ich hoffe, ich werde auch ein bisschen Gegend dazu machen. Aus dem Botanischen Garten, welchen Fotos. Sagen wir mal so, wir machen mal zehn Fotos. Sonst wird es halt zu viel. Es passen ja immer vier Fotos in einen Tweet. Also du kannst das ja thematisch ordnen oder nach Farben oder was auch immer. Ein Unterschied noch zwischen Taichung und Taipei, der mir aufgefallen ist. In Taipei wird wesentlich mehr Englisch gesprochen, muss man ganz klar sagen. Ich gehe dort meistens in Taichung in den Coworking Space Monospace, heißt der, weil der halt zentral liegt. Brauche ich von meinem Hotel aus, bin ich da in 15, 20 Minuten hingelaufen. Da ist aber leider immer das Problem, mittlerweile kennt man mich mal, aber beim ersten und beim zweiten Mal war es so, ja, hier dürfen nur Mitglieder sein. Ich sage, naja, dann nehme ich einen Mitgliederpass für einen Tag. So funktioniert das in Coworking Spaces eigentlich überall auf der Welt. Hat gekostet 200 in Tee und dafür hast du halt Internet. Dein Platz ist dabei, kostenlos Kaffee, Wasser und Tee. Und dann kamen sie halt zweimal mit einem Anmeldeformular, was natürlich nur Chinesisch ist. Ich sage, ich spreche kein Chinesisch, sie spricht auch kein Englisch. Sowas ist mir in Taipei noch gar nicht passiert. Also da konnte wirklich jeder von den Leuten in meinem Alter oder jünger Englisch, in Taichung passiert mir das öfters mal, dass die Leute dann wirklich halt nur Chinesisch können. Hast du deine YouTube-Kumpel oder andere mal danach gefragt, warum das so ist oder wie die das sehen? Nee, habe ich nicht gefragt. Aber sie, die beiden zum Beispiel, meine besten Freunde dort unten in Taichung, die beiden lernen ja auch Chinesisch. Der eine seit zwölf Jahren, der andere jetzt seit vier Jahren. Die sind mir natürlich weit voraus. Sonst könnte man sich halt einfach in Chinesisch unterhalten. Wenn du noch ein paar Dutzend Mal wiederkommst, dann wirst du das irgendwann auch geschafft haben. Ja, bei mir ist halt das größte Problem, würde ich sagen, eher so die Schrift und die Schriftzeichen als die Wörter. Es ist sehr schwer für jemanden in meinem Alter, das noch zu lernen. Ja, ich habe ja auch erst mit über 30 Jahren angefangen, Chinesisch zu lernen. Ja, bei 30 war ich vor 20 Jahren. Wie auch immer, jedenfalls meine Erfahrung ist, wenn du ernsthaft lernst und du hast die ersten paar Wochen hinter dir und du hast die Aussprache kapiert, dann helfen dir die Schriftzeichen ab dem Moment, weil es dann darum geht, neue Vokabeln zu lernen. Und dann helfen dir die Schriftzeichen, die verschiedenen Vokabeln besser abzuspeichern, weil es einfach so viele Wörter gibt, die exakt gleich ausgesprochen werden. Also nicht nur mit den Tönen, unterschiedlichen Tönen, sondern auch noch exakt mit der gleichen Betonung, die aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Und spätestens da bist du froh, wenn du als extra Gedächtnisstütze noch die Schriftzeichen hast. Meine Erfahrung jedenfalls. Gibt es aber, gibt es ja in anderen Sprachen auch auf Deutsch, zum Beispiel der Kuh, die Kuh, das Kuh. Da haben wir auch drei verschiedene. Ja. Das ist auch nicht so einfach zu handeln, aber ich fuchse mich da schon irgendwie durch. Ich hoffe ja auch, dass wir demnächst mal mit jemandem aus Taiwan sprechen können, der oder die Taiwanern Deutsch beibringt. Und dann können wir mal darüber reden, wie die Schwierigkeiten so rum denn sind. Gerne, gerne. Ich würde halt nur noch drei Tipps noch machen. Also wir werden auf jeden Fall bei den Shownotes, wenn wir das Café mithaben, die Bhutan der Garten und vor allem den Feng Shia Night Market, was ja der größte Nachtmarkt von Taiwan ist, habe ich mir sagen lassen. Und der ist schon groß. Und da entdeckt man viele Sachen, wo man, also teilweise habe ich Sachen gegessen, wo ich nicht weiß, was das war. Es hat auch nicht alles geschmeckt, muss man dazu sagen. Und ich bin kein Freund von Stinky-Foto. Hast du Fotos davon gemacht? Wir können es ja im Nachhinein identifizieren. Von Stinky-Foto, äh, von Stinky-Foto, Stinky-Tofu esse ich zum Beispiel gar nicht. Ich muss mal gucken, ob ich davon Fotos gemacht habe. Aber da bin ich eher so beim Essen anstatt beim Fotografieren. Man weiß dann sowieso nicht, was es ist. Und selbst wenn ich sage, guck mal, das war lecker, was war es? Keine Ahnung. Ja, sieht aus wie Hühnchen. Na toll. Aber wenn man jetzt gerade auf Taiwan-Tour ist und man isst da ein bisschen länger, dann sehnt man sich auch mal nach anderem Essen. Es ist ja manchmal so einfach, also, ich sage ja nicht eine Leberwurststulle, aber manchmal will man... Ja, manchmal schon, ja. Aber da gibt es noch drei Tipps von mir, wenn man in Taichung ist. Also, wenn man zum Beispiel auf Chicken Wings steht, und zwar auf die... Ich mag ja die scharfen Chicken Wings. Wenn man auf die steht, kann man in den Up-Towner gehen. Das ist auch alles zentral gelegen in Taichung. In den Up-Towner gehen, da ist donnerstags nämlich der Chicken Wings-Tag. Da gibt es Chicken Wings zum Halbpreis. Auch sonst, wenn man hingehen will, um American Sports zu gucken, also Football, Basketball, Baseball, die haben im Prinzip alles da. Wenn man aber jetzt mal zum Beispiel auf die Premier League steht oder man will zum Beispiel Rugby gucken, da geht man am besten ins Britannia-Bistro. Da ist ein Engländer, der hat, glaube ich, 10 Jahre in Südafrika erlebt, 20 Jahre in Saudi-Arabien und ist dann irgendwie in Taiwan, ja, sagt man, so hängen geblieben, hat eine taiwanische Frau mittlerweile und betreibt da jetzt quasi ein Bistro, was aber eher so eine Kneipe ist. Und da läuft dann immer, läuft sogar Cricket, also wer sich dafür interessiert. Und in der Nähe von meinem Hotel im Taiwan-Boulevard ist das, das spreche ich bestimmt falsch aus, Jungmen Café & Brewery und die haben 34 Sorten Bier vom Fass, unter anderem auch zwei Deutsche. Da schau her. Ja. Taichung für Neulinge. Genau. Vorgestellt von Mariano. Genau, falls man noch einen Hotelhinweis braucht, also mein Hotel hat ja jetzt leider zu, aber für Leute, die zum Beispiel Aviation-Geeks sind, also Leute, die gerne durch die Gegend fliegen, es gibt das Taichung Airline-In. Da ist quasi alles drinnen in seinem Zimmer wie in einem Flugzeug ausgestattet. Ich merke schon, auch Taichung. Taichung hat so seine, seine interessanten Ecken, jaja. Steckt voller Überraschungen, ich merke es schon. Bitte alles verlinken und vertwittern. Auf jeden Fall. Ich denke, dass wir jetzt an der Stelle den Sack mal langsam zumachen können. Ja. So viel zur schönen Stadt Taichung. Auch da sind wir gespannt auf das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer. Vielleicht haben wir auch einige, die selber dort in der Stadt leben und uns erzählen wollen, ob wir das jetzt alles richtig sehen oder ob das dort ganz anders ist. Also da bin ich auch gespannt. Wir freuen uns aber generell natürlich über jegliche Art von Feedback. Die Möglichkeit zu Audiokommentaren hatten wir ja schon erwähnt. Noch einmal die Telefonnummer 03212 114 7357. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Kanäle, auf denen ihr uns eure Meinungen und Vorschläge hinterlassen könnt. Wie ihr wisst, ist Apple Podcast das Gold des Podcasts. Das heißt also, wenn wir dort viele, viele Bewertungen haben und schöne Kommentare, werden wir entsprechend höher gelistet. Und das wünschen wir uns doch sehr. Dann haben wir noch mehr Zuhörer und können uns noch mehr auf tolle Themen konzentrieren. Deswegen bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und hinterlasst ein nettes Review. Vielen Dank. Oder wenn ihr auf einem der vielen, vielen anderen Wege diesen Podcast hört, würden wir uns in jedem Fall auch freuen, wenn ihr uns zum Beispiel auf Twitter folgt, sofern ihr auf Twitter seid. Da sind wir unter at taiwankast und haben zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme auch schon immerhin fast 100 Follower. Das ging wirklich schnell. Außerdem könnt ihr uns über Patreon unterstützen und die Einnahmen werden benutzt, um die Serverkosten zu tragen. Denn das Podcast Hosting und auch einige der Services, die wir hier benutzen, die kosten ab einer bestimmten Nutzung einfach ein paar Euro jeden Monat. Und wenn ihr sagt, ich höre das jetzt schon die fünfte Folge oder die vierte Folge und ich finde das interessant und ihr könnt euch vorstellen, das mit, was weiß ich, drei Euro im Monat zu unterstützen, dass wir da unsere laufenden Kosten tragen, würden wir uns freuen. Ist aber keine Pflicht und es ist ja auch nicht geplant, eine Paywall oder ähnliches aufzubauen. Definitiv nicht. Damit kommen wir jetzt zurück in die große Politik und nach Berlin. In unserer letzten Ausgabe hatten wir darüber gesprochen, dass Taiwans Gesandter in den Menschenrechtsausschuss des Bundestages eingeladen war. Dieser Termin hat stattgefunden und er hat auch medial einiges Echo hervorgerufen. Die dpa hat darüber berichtet, dann haben einige Zeitungen das aufgegriffen. Und das Ganze kam ja ursprünglich nur zustande, weil die Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses eine Reise nach China geplant hatten, um sich dort vor Ort mal so über einige Sachen zu informieren. Aber dieser Antrag, der wurde nie bearbeitet. Die haben also nie Feedback bekommen, ob sie reisen können oder nicht. Und dann haben die irgendwann gesagt, dann reisen wir halt nach Taiwan. Das war der Plan für dieses Jahr. Dann kam Corona dazwischen. Und deswegen hat man dann als Plan B, ja Plan C quasi gesagt, na gut, dann treffen wir halt den Vertreter Taiwans bei uns in Berlin in den Räumlichkeiten des Bundestages. Der Vertreter Taiwans in Berlin ist Professor Xie Jiuwei. Der war Deutschprofessor hier in Taipei, bevor er vor einigen Jahren dorthin berufen wurde. Davor war er unter anderem auch schon einmal der Regierungssprecher hier in Taipei. Und er hatte auch Anfang der 2000er Jahre schon einmal einige Jahre auf diesem Posten als Gesandter in Berlin hinter sich. Und den habe ich in Berlin angerufen und habe ihn zunächst einmal gefragt, warum war denn dieses Treffen beim Menschenrechtsausschuss jetzt so ein besonderer Termin? Besonders, ich war ja diese Besucher, diese Einladung in den Bundestag, nicht darin, dass wir Kontakt mit denen haben, mit den Bundesabgeordneten, sondern darin war ja, dass ein Ausschuss mich offiziell und meinen Kolleginnen und Kollegen mit zu einer Konferenz in den Bundestag eingeladen hat. Also der Ausschuss, das war etwas Besonderes, das ist bis jetzt nicht geschehen. Besonderes war auch, dass zwei, drei hochrangige thaiwanische Beamten beziehungsweise Politiker mit dazu eingeladen wurden sind. Das ist einmalig, bis jetzt ist das noch nie geschehen. Ich glaube, das ist für uns sozusagen etwas Besonderes, aber auch normal. Denn der Kontakt zwischen unserer Vertretung mit dem Bundestag ist eigentlich immer da gewesen. Nur in dieser Form, das ist das erste Mal. Das ist natürlich sehr interessant, weil er von einem besonderen Termin spricht. Ich finde es aber auch klasse, dass er sagt, ja, das war jetzt eine offizielle Eindauung, das ist ja schön, aber eigentlich machen wir es schon immer so. Das heißt also, wir haben immer Kontakt gehabt. Das war immer so, das wird auch immer so sein. Ja, es entsteht ja manchmal der Eindruck, dass jeder deutsche Politiker wahnsinnige Berührungsängste mit Taiwan hätte. Das ist halt nicht der Fall. Man muss da schon immer ziemlich stark trennen zwischen der Regierung oder meinetwegen auch Landesregierungen, wobei die auch hier Landesminister her schicken. Und die Regierung schickt ja auch Staatssekretäre nach Taiwan. Und den Abgeordneten und gerade im Bundestag gibt es wirklich schon eine sehr, sehr lange Tradition, dass es da eine große Parlamentariergruppe gibt, die also einen sehr regen Kontakt mit Taiwan hält und auch regelmäßig in Gruppen hier anreist. Wer war denn aus Taiwan zugeschaltet? Zugeschaltet aus Taiwan waren unter anderem die Audrey Tang, die hier als Digitalministerin ja meistens bezeichnet wird. Denn das Thema dieser ganzen Veranstaltung war Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Es ging da offenbar vor allem um zwei große Themenbereiche. Das eine war die aktuelle Situation Taiwans und die zunehmenden Bedrohungen durch China. Und das andere war die Coronavirus-Epidemie und wie Taiwan es geschafft hat, mit demokratischen Methoden, aber trotzdem sehr effizient die Lage hier unter Kontrolle zu bekommen. Und da ist ja Audrey Tang die Gesprächspartnerin, die auch schon seit Monaten ja quasi als Sprachrohr Taiwans auch in der Welt unterwegs ist. Und außerdem waren dann zugeschaltet hier aus Taipei ein stellvertretender Außenminister und der stellvertretende Leiter des sogenannten Mainland Affairs Council, also der Behörde, die für die Regierung in Taiwan eigentlich den Kontakt mit China hält, solange China jedenfalls an einem Kontakt interessiert ist. Und ein Rechtsanwalt, der die Abgeordneten informiert hatte über den Fall des Taiwaners Li Mingzhi, der in China vor einiger Zeit unter Spionagevorwürfen festgenommen und zu einer Haftstrafe verurteilt wurde und jetzt dort im Gefängnis sitzt. Was war denn der Schwerpunkt? Also so wie der Shiajewoi mir das erzählt hat, lag dann der Schwerpunkt, von dem, worüber die Abgeordneten gerne mehr wissen wollten, auf diesem Themenkomplex Coronavirus. Klar, wenn man sich anschaut, was im Moment in Deutschland so die Schlagzeilen bestimmt. Und dann hat er mir erzählt, dass da ein wichtiger Punkt war, den er versucht hat zu betonen, ist ja die chinesische Propaganda oder die chinesische Regierung stellt es jetzt ja so dar, als ob sie in China dieses Virus so vorbildlich bekämpft hätte und will damit auch die Überlegenheit ihres Systems zeigen. Also würde das gerne so darstellen, dass sozusagen ein autoritäres System mit einer starken Zentralregierung, einer starken Partei besser in der Lage ist, das Coronavirus zu bekämpfen als die demokratischen Staaten des Westens und zeigen dann mit dem Finger auf Europa und die USA und so weiter und sagen, guckt euch an, wie das da aussieht. Und dazu haben wir ein O-Ton und dann hören wir uns das auch mal an. Aber Taiwan hat in diesem Fall geradezu als ein Beispiel gedient, mit dem man sozusagen diese Arroganz oder diese Lüge von China widerlegen kann. Taiwan ist eine Demokratie. Taiwan gehört zu diesem großen chinesischen Kulturkreis. Und wir haben sogar besser als in China diese Bekämpfung des Virus gemanagt. Und diese Demokratie, diese Freiheit ist dennoch bedroht. Und dieser Konsensus, dass das nicht geschehen darf, dass der Leutertum diese Freiheit, als ein vorbildliches Beispiel, darf nicht bedroht oder darf nicht sinken. Der Leutertum darf nicht kippen. Und dieser Konsensus ist von jedem geteilt, der da gewesen ist. Interessant, was er da gesagt hat, dass der Leuchtturm Taiwan nicht kippen darf. Wie haben das dann die Teilnehmer aus Deutschland so gesehen? Na, so wie er das geschildert hat, waren diese Abgeordneten, die ja natürlich als Mitglieder des Menschenrechtsausschusses auch schon alle entsprechend sensibilisiert und vorgebildet sind, durchgängig der Meinung, dass man als Deutschland, als Europäische Union, mehr Augenmerk auf Taiwan legen müsste, mehr zur Unterstützung tun sollte, sich stärker dafür einsetzt, dass Taiwan in internationalen Organisationen mit am Tisch sitzt und dass man diese Bedrohung aus China auf jeden Fall sehr ernst nehmen muss. Dazu haben wir auch noch einen etwas längeren O-Ton vorbereitet. Der ist aber zu lang, um den jetzt zwischendurch zu spielen, den hängen wir einfach quasi als Outro an diese Folge an. Also wer da wirklich mehr erfahren möchte, was die quasi offizielle Sichtweise von Taiwans Vertreter in Deutschland ist, höre sich das bitte an. Da wird er dann auch sehr deutlich in Bezug auf die Ein-China-Politik und fordert auch die deutsche Politik auf, sich von dieser, wie er sagt, überkommenen Ein-China-Politik zu trennen, die ja bis heute gilt, über die wir ja auch in der Nullnummer unseres Podcastes hier ganz ausführlich gesprochen hatten. Genau. Und wie zu erwarten, hat sich die chinesische Botschaft aus Berlin-Mitte dazu geäußert. Ja, später wurde dann eine deutschsprachige Protestnote veröffentlicht, unter anderem auf der Website der Botschaft, wird auch verlinkt. Möchtest du mal die schönsten Stellen daraus zitieren? Ja, für mich, es gibt, ja, naja, also der sogenannte Repräsentant Taiwans, also auch noch in Anführungsstrichen gesetzt, das erinnert mich wieder an die Bild-Zeitung in den 70ern, die sogenannte DDR. Es wird wieder darauf angewiesen, dass Taiwan ist ein untrennbarer Bestandteil Chinas und vor allen Dingen ganz am Schluss wird da wieder gesagt, das ganze chinesische Volk wird sich nicht beirren lassen in fester Entschlossenheit und diese Worthülsen, die sie da immer durch die Gegend werfen. Ja, naja, also wir sollen uns nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen, also wir haben nichts zu sagen zur Taiwan-Frage und wir haben nichts zu sagen zum nationalen Sicherheitsgesetz für Hongkong. Und Sie sagen auch ganz explizit, in letzter Zeit haben einzelne deutsche Politiker, dass ein China-Prinzip missachtet, sich in die inneren Angelegenheiten Chinas eingemischt, indem sie die Taiwan-Frage und Hongkong, jetzt Zitat, für ihre eigene politische Agenda missbrauchten, was für das chinesische Volk äußerst inakzeptabel ist, Zitat Ende. Genau, das ganze Volk wieder. Also wenn der CCB irgendwas nicht passt, ist immer das ganze Volk dran. Kurz darauf hat dann die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, die FDP-Bundestagsabgeordnete Güde Jensen, auf Twitter zu dieser Protestnote Stellung genommen. Sie schreibt, ich würde diesen Termin immer wieder so planen, denn die FDP-Bundestagsfraktion setzt sich für die Einhaltung von Völkerrecht und universelle Menschenrechte ein. Und da hat es auch recht. Da nutzt sie die Gelegenheit, gerade noch mal ein bisschen Werbung für ihre Partei zu machen. Ist ja legitim. Aber der Kernsatz, ich würde diesen Termin immer wieder so planen, finde ich durchaus bemerkenswert. Genau. Auch über diesen chinesischen Protest habe ich mit Taiwans Gesandten Shia Jiuwei geredet und er hat das in einen ganz interessanten Zusammenhang gestellt. Und zwar hat er angemerkt, unmittelbar am Tag nach diesem Termin im Bundestag kam diese Protestnote zunächst auf Chinesisch raus. Also das war den chinesischen Diplomaten oftmals das Wichtige, auf Chinesisch zu protestieren. Und dann hat es noch einmal gedauert, bis sie diese deutsche Version veröffentlicht haben. Und er hat eine Theorie, was dahinter stecken könnte. Da bin ich gespannt. Hören wir mal rein. Die wollen sozusagen nur eine einseitige Message schicken an die eigene Regierung, beziehungsweise an die Chinesen zu Hause, die ja nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die ja all das, was sich abgespielt hat am Tag davor im Bundestag, nicht mitkriegen können. Aber ich glaube, der Grund, was sie nicht gleich getan haben, war ja, die wissen innerlich, dass sie sich im Unrecht sind. Aber das müssen sie tun. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Chinesen, also die Betonköpfe in Peking schon gespürt haben, es gibt einen deutschen Spruch und eine Redewindung, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Die Chinesen haben es zu sehr auf die Spieße getrieben, haben es übertrieben. Die Europäer, die Deutschen insgesamt, die sind jetzt ungeduldig geworden. Die lassen sich nicht mehr alles gefahren, was die Chinesen meinen, was die sich leisten können. Ja, man merkt natürlich eindeutig, dass diese Kommentare, die dort abgegeben werden, grundsätzlich leere Rhetorik nur sind. Und er meinte ja natürlich auch, die Diplomaten, die sehen das wahrscheinlich genauso. Es ist einfach nur leere Worthülsen, die sie eigentlich immer abgeben. Und vor allen Dingen, damit können sie nicht mehr punkten. Ich glaube, das haben sie eingesehen. Und er sagt ja auch, und das ist ein interessanter Gedanke, dass seiner Vermutung nach die chinesischen Diplomaten eingesehen haben, dass sie, egal was sie machen, nicht mehr punkten können, weil sie schon so viel diplomatisches Porzellan zerschlagen haben, Sympathien zerstört haben und so weiter. Gerade in den letzten, ja vielleicht zwölf Monaten, durch diese sogenannte Wolf-Warrior-Diplomatie, also dieses ganz aggressive und großspurige Auftreten im Ausland, das, so sagt Chia Jiuwei das, ist jetzt also gescheitert. Und deswegen versuchen sie auch gar nicht mehr ernsthaft in ihren Gastländern, die öffentliche Meinung vielleicht in ihrem Sinne zu beeinflussen, sondern spielen nur noch die Routine durch für ihre Parteioberin zu Hause in Peking. Genau. Wir haben protestiert. Haken rein. Nächstes Thema. Das wird auf jeden Fall interessant sein, das mal in Zukunft auch unter diesem Blickwinkel zu beobachten. Wie gesagt, ich habe noch einen längeren und auch sehr interessanten Clip von Chia Jiuwei vorbereitet. Den hört ihr dann ganz am Ende dieser Folge im Outro. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir in der Folge 3 schon hatten. Es geht um den Freundeskreis Bayern-Taiwan des Bayerischen Landtags. Und dazu hatte Radio Taiwan International ein Interview mit dem Vizepräsidenten Markus Rinderspacher geführt. Wir hatten ja in der letzten Folge schon einen Clip von dem Markus Rinderspacher, dem SPD-Abgeordneten, gehört, wo er etwas zu der Gründung dieses Taiwan-Freundeskreises erzählt hatte. Und die sehr geschätzten Kollegen von Radio Taiwan International hatten ihn jetzt noch einmal in einem aktuellen Gespräch, 15 Minuten lang insgesamt, wo sie auch über aktuelle Entwicklungen wie zum Beispiel den Termin im Menschenrechtsausschuss geredet haben. Und gegen Ende dieses Gespräches macht auch der Markus Rinderspacher noch einmal so einen großen Bogen in die Weltpolitik. Und da zeigt sich also, dass die Unterstützung, diese neue Unterstützung oder diese deutlichere Unterstützung für Taiwan nicht nur bei den Abgeordneten des Bundestages Wirkung zeigt, sondern auch schon im Bayerischen Landtag. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Hier ist Radio Taiwan International Ich sehe nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die zwingende Notwendigkeit, mehr das Augenmerk in den pazifisch-asiatischen Raum zu lenken. Unsere Welt ist im Umbruch. China schickt sich an, das 21. Jahrhundert imperialistisch zu dominieren. China hat bereits weite Teile Asiens und Afrikas weitgehend unter die eigene Kontrolle gebracht und hat ja auch angekündigt, sich Hongkong und Taiwan einzuverleiben, notfalls auch gewaltsam. Hier werden Demokratie und Menschenrechte infrage gestellt. Und Xi Jinping setzt auf dieser Blutspur einen eiskalten Kapitalismus ohne jedes menschliche Antlitz durch. Soll dieses Modell jetzt etwa auch weltweit, auch bei uns in Europa, Fuß fassen? Und auch deshalb ist es notwendig, dass wir an der Seite Taiwans stehen. Ja, da redet also ein SPD-Abgeordneter, Vizepräsident des Landtags von Xi Jinpings Blutspur eines eiskalten Kapitalismus. Also ich muss sagen, mein Eindruck ist wirklich, in diesen letzten Monaten, in diesem letzten Jahr hat sich in der deutschen Politik schon der Wind gedreht, was das Reden über China und über Taiwan angeht, zumindest bei ganz vielen Vertretern. Ja, den Eindruck bekommt man auf jeden Fall. Es ist schon interessant. Mich würde jetzt natürlich auch mal die Meinung Politiker anderer Parteien interessieren. Aber ich denke, da werden wir noch in den nächsten Wochen und Monaten genügend Material bekommen. Also ich denke, dass der Klaus-Peter Wilsch, der CDU-Abgeordnete, der Vorsitzende des Taiwan-Freundeskreises im Bundestag seit vielen Jahren ist, dass der sich voll hinter diese Aussagen und auch die Formulierungen, die da Markus Rindersbacher da gerade gewählt hat, stellen würde, so wie ich ihn einschätze. Ja, ich denke auch. Das ganze Interview von Radio Taiwan International kann man auf deren Webseite nachhören. Die Kollegin Eva Trindl hat das geführt. Viele Grüße an dieser Stelle und auch das wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Und damit haben wir es auch schon wieder geschafft für heute. Ob unsere nächste Folge wieder so einen weiten Bogen schlägt von Taichung bis zum eiskalten Kapitalismus von Xi Jinping, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist im Moment der Plan, dass wir uns in unserer nächsten Folge mit dem Ausgang der US-Wahl beschäftigen und damit, was sie denn wohl für Taiwan bedeuten wird. Also da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf. Gerade wo man doch in letzter Zeit so liest, ich weiß nicht, ob es offizielle Umfragen sind oder dergleichen, aber dass die Taiwaner, mal in Anführungsstrichen gestellt, gerne eine weitere Amtszeit von Trump sehen würden, weil sie glauben, dass es besser ist für Taiwan. Ja, das ist tatsächlich eine sehr verbreitete Meinung hier. Es gibt tatsächlich Umfragen, die meinen festgestellt zu haben, Taiwan sei das einzige asiatische Land, in dem eine Mehrheit der Bevölkerung sich eine weitere Trump-Amtszeit wünscht. Aber ich denke, da werden wir dann ins Detail gehen in der nächsten Folge, wenn wir auch schon das Ergebnis kennen. Denn wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, vielleicht hat die Wahl dann ja auch schon stattgefunden. Also wir wollen lieber aktuell bleiben und reden dann nächstes Mal darüber, was wirklich passiert ist. Genau und wir hoffen natürlich wieder auf zahlreiche Kommentare, auch zu dieser Folge. Wenn ihr Fragen zu Taichung habt, könnt ihr sie gerne stellen. Wenn ihr Fragen habt zum Freundeskreis Bayern-Taiwan im Bayerischen Landtag, könnt ihr sie stellen. Oder wenn es um den Menschenrechteausschuss geht, auch gerne zu uns. Wir haben eine Telefonnummer, da kann man Audiokommentare hinterlassen. Das ist die 032121147357. Ihr erreicht uns über Twitter, über Facebook, über das Blog und ihr könnt auch Kommentare bei Apple iTunes hinterlassen. Und nicht zu vergessen, wer keinen Podcast hat, sondern nur über ein Abo von Spotify verfügt, auch da gebt ihr in die Suchmaschine ein Taiwancast und kommt sofort auf diesen Podcast. Und wer jetzt noch Lust hat, kann auch dranbleiben, hört sich noch diese etwas ausführlichere Aussage von Taiwans Repräsentanten Shia Jiwei an. Ansonsten verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir haben jetzt festgestellt, dass es an der Zeit ist, dass Deutschland, so als der Anführer wirtschaftlich wie auch strategisch eigentlich, von der EU, von den 27. Mitgliedstaaten, dass von Deutschland aus noch mehr getan werden sollte, wie zum Beispiel, was Taiwans Teilnahme, internationale Teilnahme an diesen verschiedenen, also WHO ist ein gutes Beispiel, oder sogar in der UNO, dass Taiwan in welcher von auch immer mit anbezogen werden sollte, mit ins Boot geholt werden sollte. Und was wichtig ist, das tut nicht nur Taiwan gut, das wird sich dann auch günstig für Deutschland, für EU und für die ganze Welt, die Freiheit. Man hat auch festgestellt, es ist an der Zeit gekommen, dass man dem chinesischen Regime in Peking gegenüber noch ein bisschen härter, direkter, frei von der Liebe sagen, was man wirklich auch denkt. Und entscheidend wichtig ist, das habe ich dann auch mit dazu beigetragen, denn ich habe gleich zu Beginn für 20 Minuten gehabt, um ein Statement zu gehen über darüber, was wir denken, was wir von uns denken, was wir von dieser kritischen Lage, in der sich befindet, in der letzten bis in der Zeit. Ich habe gesagt, es ist die Zeit gekommen, dass nicht nur die EU und die Werdefreiheit den Begriff ein China-Politik ernsthaft überdenken soll, beziehungsweise über den Bord werfen müsste. Denn ein China-Politik ist Gegenstand geworden in dem Augenblick, wo Taiwan das Kriegsrecht aufgehoben hat, im Jahr 1987 oder spätestens, als das Parlament von Taiwan gänzlich nur von den Taiwanern gewährt wurde oder spätestens vier Jahre danach, als die Taiwaner im Jahr 1996 direkt unseren eigenen Präsidenten, also die Dengue, gewährt haben. Spätestens, also 1996 ist diese China-Politik gegenstandslos geworden. Wir machen deren Alleinvertretungsanspruch auf China ja nicht mehr streitig. China ist China, Taiwan ist Taiwan, Taiwan ist Demokratie, China bleibt leider immer noch keine Demokratie, sondern eher Diktatur. Daher habe ich gesagt, man soll diese Ein-China-Politik wegschmeißen. Statt einer China-Politik soll man eine China-Politik haben und nimmendell hat man dann den Spürraum für eine Taiwan-Politik. Und das heißt, nur so kann man das Übel an die Wurzel packen. Ja, die Chinesen würden sich darüber aufregen, aber warum soll man etwas Gutes nicht tun, nur weil sich die Chinesen darüber aufregen? Ja, die Chinesen würden sich darüber nachdenken.